Läuft! Das ist hier wieder Filmtalks Berlin mit Kaya und Kai. Und zwar der zweite Teil zum Thema... Wir müssen das irgendwie unbedingt ändern. Kaya und Kai, das geht nicht. Aber es ist doch so. Ich kann ja nicht sagen Hans und Werner. Nee. Lusi und Sträuchy, was soll ich denn sagen? Ja, okay. Aber vielleicht lässt man ein bisschen mehr Pause dazwischen, weißt du. So mit Kaya und dann sagst du noch was und dann sagst du und mir Kai. So was halt. Kai und Kaya, das ist... Ich finde das gut. Ich kann ja auch nächstes Mal sagen Stan und Olli oder... Tim und Struppi. Tim und Struppi oder Asterix und Obelix. Aber das wäre ja alles Quatsch. Ich habe jetzt deine Intro versaut. Ja, macht nichts. Du hast das Recht zu sagen, ich fange doch mal an. Ja, aber dann müssen wir ja schneiden. Wir wollen das ja nicht. Deswegen finde ich das gerade schön. Wir würden jetzt weitermachen. Also auf der einen Seite Kaya, die Zeitpolizei und Pause Kai. Wir sind beim zweiten Teil zu dem Thema Billy Wilder, Billy Wilder-Zitate. Also wer hier einsteigt, sollte sich auch noch den ersten Teil anschauen, vorher oder nachher. Und zwar, ja, da steht nichts. Wo steht denn da was? Stopp Uhr hier. Elf Sekunden. Elf Sekunden. Na, das ist sehr schön. Dann haben wir ja noch 19 Minuten, sagt die Zeitpolizei. Wir sprechen über Billy Wilder. Ein Beispiel hier, das Buch von, da unten steht es, Helmut Karasek. Es gibt auch eine Dokumentation von Volker Schlöndorf. Und hier ist er auch zu sehen, als jüngerer Mann. Das ist Billy Wilder, ne? Das ist Billy Wilder. Und hier hinten ist er, da kommen wir gleich noch zu, mit einer seiner bekanntesten Schauspielerinnen, Marilyn Monroe, mit der er zwei Filme gedreht hat. Und ich gehe jetzt sehr kurz, nur als Wiederholung, ganz, ganz kurz in die Übersicht. Das sieht man ja alles in dem Teil 1. Billy Wilder, ein Regisseur, mehrfacher Oscar-Preisträger, kommt er heute auch zu. Er ist erst als Drehbuchautor gearbeitet, in Wien und dann Berlin, dann in den USA als Regisseur. Und wir besprechen einige Zitate von ihm, über die man diskutieren, streiten, bestätigen oder widersprechen kann. So, Zitat 4 ist jetzt dran. Nicht recht irre, schauen wir mal, was ich hier habe. Ich finde, das ist, da kann man gar nicht viel zu sagen, aber es ist so schön, es war so ein bisschen auf der Kippe, ob ich es mit reinnehme. Außerdem fand ich das Foto sehr schön, mit dem dahinter. Okay, das ist schön. Was sind denn das für Oscars da hinten? Wie viel hat er denn bekommen? Er hat, das ist bis heute Rekord, ich müsste jetzt selbst nachgucken, Rekord bei den Drehbuchautoren. Er hat, ich kann es ja einmal kurz sagen, ich habe es, vergesse es immer. Er hat, Moment, er hat natürlich mehrere, Academy Awards, er hat den Oscar für die beste Regie gekriegt, für das verlorene Wochenende. Übrigens ein Film ohne jeglichen Witz, da geht es um einen Alkoholiker, der ein verlorenes Wochenende zu Hause hat. Mit seinem Co-Autoren Charles Brackett und dann für Boulevard der Dämmerung, ebenfalls mit Charles Brackett, fürs Originaldrehbuch. Und 1961 dann für das Apartment mit I.L. Diamond, den wir mit einem schon mal gesehen haben. Und dann hat er noch den Ehren-Oscar gekriegt. Das Apartment ist mit welchen Schauspielern, Kai? Mit Jack Lemmon und Shirley MacLaine. Kurz, also ich kann mir vorstellen, das ist ja letztes Jahrtausend. Wir reden über das Jahrtausend. Ja, das ist mittlerweile 70 Jahre her. Da waren wir jung, verstehst du? Letztes Jahrtausend waren wir jung. Ja, aber als es den Film gab, da gab es uns auch noch nicht. Das Apartment habe ich wahrscheinlich mit elf, zwölf Jahren zum ersten Mal gesehen. Das war einer der lustigsten Filme, an die ich mich noch super erinnere. Vielleicht gibst du mal kurz den Plot nochmal. Ja, es geht um ein Großraumbüro, in dem ein kleiner Angestellter, kleiner ist hier wirklich so gemeint, von Jack Lemmon gespielt. Ein kleiner Loser, ein Schüchterner, der ständig krank und unsicher ist, verliebt ist in die, sowas gab es früher noch als Beruf, in die Fahrstuhlführerin Shirley MacLaine. Aber sich natürlich überhaupt nicht outen kann und sich nicht traut, sie anzusprechen. Durch ein Kontakt verleiht er sein Apartment, sein Wohnapartment an die obere Chefetage, also erst an einen, und da spricht sich dann rum, dass es gut funktioniert. Der oberen Chefetage dieses riesigen Büros, diese riesigen Firmen, kann sich vorstellen, wie bei uns vielleicht eine große Versicherung oder Bank oder so. Und an die obere Chefetage, damit die dort ihre Affären ausleben können. Also ist er sowas wie ein, ja wie sagt man, Stundenhotelbesitzer aus Versehen geworden und muss dann immer raus bei Wind und Wetter und Regen, während die Chefetage sich wieder in seine Wohnung anmietet und dort sich mit der Affäre trifft, also mit der Sekretärin oder mit der jungen Dame von nebenan. Und eines Tages kommt er zurück und die Affäre vom Chef, von seinem obersten Chef, macht einen Selbstmordversuch, weil der Chef sie verlassen will und sie ja nur als junges, hübsches Mädel benutzt hat und natürlich bei der Familie bleiben will. Und diese Affäre, die dort mit Selbstmordversuch im Bett liegt, ist die hübsche Fahrstuhlführerin, in der er ganz Zeit verliebt ist. Kai, ganz kurz, danke für diese Ausführung. Das Ding ist nur, was sich jetzt so voll ernsthaft anhört, ist total lustig. Ja, aber. Nach dem anderen, es hat ja diesen ernsten Hintergrund. Genau, ganz wichtig. Es hat diesen ernsten Hintergrund, aber er verpackt es in eine Komödie, so dass man sich das ansehen kann, so dass sich das wahrscheinlich Millionen Menschen mehr angeguckt haben, als wenn du einen ernsthaften Film über dieses Thema gemacht hättest. Sehr richtig, sehr gut. Also das ist sehr, 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 und ich habe ja das noch lebhaft, also ich habe ja diesen, ich rieche ja noch den Studio-Bow, ja, und es war einfach, es ist immer noch ein herrlicher Film. Ja, hat übrigens auch den 10-Bild-Oscar gekriegt, weil gerade dieses Großraumbüro, da wurde mit Spiegeln und so weiter gearbeitet, um diese riesige, das geht ja um dieses kleine Tierchen in der großen Welt, was nicht zu sagen hat. Also Kai, hey, sprich nicht, während ich dich unterbreche. Das gilt eigentlich für dich, ich habe das rausgenommen, weil, so könnte eigentlich auch unser Videocast heißen. Wenn ich, während ich dich unterbreche, sprich bitte nicht, ja. Also das ist doch ganz klar und verständlich. Das ist sehr. Das ist eine Hammerzitate, also wirklich, da siehst du mal, was für ein Humor der hat. Ja. Ja, hatte, hatte. Hatte. Wir lesen ihn jetzt, weißt du, der ist ja auch noch da. Der ist noch lange da. Für mich ist er, also nicht, glaube ich, nur für mich, aber er ist noch lange da, weil das, wie man immer so schön heute sagt, das Gesamtpaket stimmte. Eine sehr spannende Biografie mit dieser Flucht über den Kontinent und dann dieser Weg vom Journalisten und so weiter. Ach, Denis Wurkai, der wird mit uns, vielleicht noch, nee, der wird mit uns, aussterben. Oh, das ist ein spannendes Thema. Das ist wie, das ist wie, wenn Griffin oder die Leute, die halt Lumière oder so, wer weiß denn das noch, wer kennt da noch die Namen? Ja, also wie, das machst du doch nur mit, wenn du auf einer Filmhochschule bist oder irgendwie und das kriegst du mal in einer Stunde, zwei Stunden erzählt oder ein paar Blätter rübergereicht und dann warst du es. Also von denen hörst du nie wieder was. Ja, das ist übrigens, das ist, das ist, daraus können wir nochmal eine eigene, was bleibt und so, aber für Nerds, klar, das gibt die Nerds. Ja, genau, ich gucke mit Billy Wilder kurz, ja, ganz kurz, sprich nicht, während ich dich unterbreche. Ja, aber ich möchte jetzt was zu Billy Wilder sagen, weil er jetzt so süß gerade unter seiner Pickel habe und schaut. Ja. Du hast tolle Filme gemacht und du hast uns zum Lachen gebracht, dafür danken wir dir, aber weißt du, du wirst mit uns verschwinden, tut mir echt leid. Das ist nicht traurig, ist halt so. Das ist ein ganz spannendes Thema und ich befürchte, dass du nicht völlig Unrecht hast. Guck mal, wie süß er ist, das ist doch unglaublich. David soll doch knuddeln, Alter. Genau, deswegen meine ich ja und ich habe auch schon mehrfach darüber gesprochen, ich finde auch, man kann ihn knuddeln. Auf vielen Bildern auch so und andererseits war er, wie wir das ja auch schon mehrfach besprochen haben, ein harter Hund, ein, wie hast du vorhin noch gesagt, einer, der durchgezogen hat, einer, der schon ein harter Hund war. Das kriegt man allerdings, da muss man, also wirklich erst auf der zweiten Ebene mit, man denkt immer, witzig, nett. Sonst wäre er nicht da, wo er ist, also das ist wirklich Tatsache. Ich gehe mal zum nächsten, sonst brauchen wir drei Teile. Auf den Regiestuhl kommst du sonst nicht. Ja. So, jetzt geht es um eine seiner Lieblings- oder wichtigsten Schauspieler, nicht Lieblingsschauspieler, mit der er das zweimal gedreht hat, bekannteste ist, manche mögen es heiß. Und dazu habe ich zwei Zitate genommen, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welches schöner ist. Darf ich das einmal vorlesen? Darf ich vorlesen? Ja. Also, würde ich noch einmal mit Marilyn, in Klammern, einen Film drehen? Fragezeichen. Ich habe das mit meinem Hausarzt, meinem Psychiater und meinem Buchhalter diskutiert. Und sie haben mir gesagt, ich sei zu alt und zu reich, um das noch einmal durchzumachen. Ja, also, ist lustig, verstehe ich nicht ganz, aber das heißt, dir muss ganz schön anstrengend gewesen sein. Richtig, die Frage, die dahinter steckt, warum ich es rausgenommen habe, da kannst du was zu sagen, wie viel man machen, wie viele Kompromisse man eingehen muss, um das, jetzt geht es hier um eine Schauspielerin, man kann das natürlich auch auf Schauspieler, aber auch vielleicht auf einen Kameramann oder auf jemand anders beziehen, der nicht einfach ist. Also, wie viel ist es wert, Nerven, wie viel Nerven darf es kosten, wie viel Energie, wie viel, dafür kriegt man aber auch eben Marilyn Monroe, die sehr, sehr gut ist in manchem, das heißt, das muss man wirklich sagen, auch im... Ich habe sie auch mal in, ich glaube, zwei Filmen war das, in ernsthaften Rollen gesehen. Ja. Und die war, die ist richtig gut. Die ist auch gut, die ist gut. Ja, die ist gut, aber die hat halt ihren Riesenerfolg mit diesen Tüppchen und ihre Szene da mit der Untergrundbahn, wo ihr Kleid hochfliegt, dass wir die da kennen. Ja, das ist beliebt auch. Heute, bevor wir, also zufällig, habe ich eine Doku kurz mir angeguckt, wo es genau um Marilyn Monroe ging. Und ich wusste nicht, dass, ich habe, aber ich habe es vergessen, die hatte ja mit beiden Candy-Brüdern was gehabt. Ja, ja. Das ist ja so, bin ich ganz klar, wie ist sie eigentlich, also ich vermute, die ist wirklich, die hat sich wirklich selber, also selbstmordmäßig, weil sie ja total labil war. Ja, aber was zu dem Zitat jetzt, was nochmal jetzt zu dir zu kommen, wie weit das, man sich auf sowas einlassen sollte. Genau. Ja, also wir hatten das ja auch schon mal in einer anderen Geschichte, das ist kein, das ist, Film ist keine Therapie. Ja, Film ist, Film ist knallhartes Business und wenn es auch so freundschaftlich aussieht, ist das, weißt du, das Foto links zum Beispiel oder das da drunter, du denkst so, ach, die sind ja nett zueinander, die sind so lange nett, wie sie im selben Boot sitzen, ja, und der Regisseur weiß, oh, scheiße, die Bitch schon wieder, ja, mit ihren, ähm, mit ihren Allüren und so weiter und die, und die Schauspielerin denkt, ich bin Gott. Ja. Ja, also, und der Regisseur denkt sich, nein, ich bin Gott, ja, und dann, dann gibt es Probleme, ja. Also, ähm, aber, ähm, beide haben was davon. Genau, das ist beide, also. Das ist wie Kinski und Werner Herzog. Ja. Wenn du dir mal anschaust, was die, äh, uh, uh, wirklich, so schlimm, ja, was sie da, aber was die dann beide produziert haben, der Werner Herzog ist ja eher eigentlich ein, so wenn ich aus Interviews und so, ist ja eher ein ruhiger Typ. Und Klaus Kinski, Klaus Kinski war ja die, war ja die Selbstschlampe par excellence, ja, und der hat ja immer seine Arme hin und her geschwungen und hat, äh, weil er wollte, dass alle sehen, dass er, wo er gerade steht, ja, und rumgeschrieben, damit auch jeder hört, ähm, wo er gerade ist. Also, ähm, okay, jetzt mal wieder zurück. Nee, aber das ist, das ist, da ist genau der Satz drin, das, äh, passt, finde ich, total. Beide haben was davon. Und, ähm, das hat er auch immer gesagt, er hat was davon, aber eben sein Arzt, sein Psychiater und so weiter sagen, ähm, nein, lass es. Und ich hatte das Zitat, das sage ich ja immer wieder, eines meiner persönlichen von Ken Adam, 10-Bildner, zweifacher Oscar-Preisträger, der zweimal mit, ähm, Kubik zusammengearbeitet hat und eigentlich nach dem ersten Film, ähm, Doktor Seltsam gesagt hat, mit Kubik zusammenzuarbeiten, dafür ist das Leben eigentlich zu kurz. Ähm, und das, ich liebe das Zitat, weil er natürlich dann... Was meint er damit? Naja, ähm... Man ist missverständlich. Ja, er meinte, dass, dass es, dass sich diese Kraft, dieses, also, diese Zeit, dieses, also für ihn schreckliche Zeit, weil er diesen Wahnsinnigen neben sich, hinter sich und auch in gewisser Weise über sich hatte, ähm, dafür ist das Leben zu kurz, um dafür zwei Jahre seines Lebens zu opfern und danach einen Nervenzusammenbruch zu kriegen. Aber nichtsdestotrotz hat er ja noch ein zweites Mal mit ihm zusammengearbeitet, über zehn Jahre später und dafür auch seinen ersten Oscar gekriegt. Ja, wenn du überlegst, wenn du überlegst, dass Kubik eine Szene, 100 oder eine Einstellung, 126 Mal hat drehen lassen. Ja. Ich meine, es gibt keine größere, äh, diktatorische Art, Menschen fertig zu machen. Ja. Einfach 126 Mal einen Menschen von links nach rechts laufen zu lassen. Und, äh, das ist, im Prinzip ist das, also bei Marilyn Monroe, da Details, weiß nicht, aber das hat ja auch dann immer wieder Billy Wilde erzählt, die kam nicht. Dann war sie irgendwie, äh, vielleicht ein bisschen Medikamente, alkoholisiert. Dann alle warteten, um 8 Uhr sollte sie da sein, aber sie kam um 14 Uhr und so weiter. Nichtsdestotrotz hat es sich irgendwie für ihn gelohnt, weil es war eben Marilyn Monroe und sie war gut. Jetzt hat er es nicht gemacht. Genau. Gibt es noch ein zweites Zitat, was ich schnell, was nämlich eigentlich sehr provoziert, willst du das auch lesen, was, was, ähm, wo man vielleicht kurz schluckt? Es gibt über Marilyn Monroe mehr Bücher, also im Zweiten Weltkrieg. Das halte ich für ein Gerücht. Daran liegt eine gewisse Ähnlichkeit. Es war die Hölle, aber es hat sich gelohnt. Gut, ähm, das versteht nur Billy Wilde in seinem Kontext. Naja, ich muss dazu sagen, warum... Ich weiß jetzt den Kontext nicht. Er wollte Marilyn Monroe jetzt einfach nochmal eine, eine mitgeben, so. Nein, er meint, nein, nein, eigentlich ist es positiv. Also das muss man jetzt sagen. Ich, ähm, ich will dann sagen, warum es sich mit Marilyn Monroe gelohnt hat, das haben wir ja gerade festgestellt, dass sich das für beide gelohnt hat. Und den Zweiten Weltkrieg muss man in dem Zusammenhang sehen, dass es ein Jude war, dessen, ich, das weiß ich jetzt nicht, Verwandtschaft zum Teil natürlich unter schlimmsten Umständen im KZ geendet ist oder geflohen ist oder auf der Welt zerstört war und er natürlich den Zweiten Weltkrieg als Befreiung sieht. Ganz, ganz klar als Befreiung sieht. Und, ähm, für ihn war der Zweite Weltkrieg ein Glücksfall. Er ist ja Anfang der Dreißiger geflohen und deswegen hat sich der Zweite Weltkrieg für ihn gelohnt, genauso wie sich das für Marilyn, wie sich Marilyn für ihn gelohnt hat, wo beides die Hölle war. Richtig, nicht, während ich dich unterbreche. Also ich glaube, dass dieser Satz, ähm, den kann man ruhig mal irgendwie in der Versenkung verschwinden lassen. Ja, ich finde den Satz nicht so gelungen, weil, ähm, er hat da einen Witz gemacht. Ja, ja, ja. Und, ähm, der Witz kommt aber, bringt nicht das rüber, was er sagen wollte. Ich verstehe, ich weiß es nicht, in was für einem Kontext er das geschrieben hat oder gesagt hat. Nein, das weiß ich im Detail auch nicht. Ja, und, ähm, dass es sich gelohnt hat. Ich glaube, er wollte damit zum Ausdruck, also was ich mir vorstellen kann, ist, dass er zum Ausdruck bringen wollte, es war so eine Hölle, mit dieser Frau, diese Filme durchzugehen. Aber im Endeffekt hat es sich gelohnt. Warum er dann den Zweiten Weltkrieg mit reinzieht, ist mir, entzieht sich meiner Kenntnis. Ja, also so hart das jetzt ist und so provozierend das ist, es sind zwei Sachen, die ganz entscheidend waren. Marilyn Monroe war entscheidend und der Zweite Weltkrieg hat sein Leben verändert. Also nicht der Zweite Weltkrieg. Die Arschlöcher von Nazis haben sein Leben verändert und der Zweite Weltkrieg war für ihn die Rettung. Die Rettung Europas, die Rettung, wie auch immer. Du meinst den Ausgang des Zweiten Weltkriegs? Der Zweite Weltkrieg ist ja von den Nazis quasi in die Welt gebracht worden. Deswegen ist es immer halt etwas missverständlich. Ja, natürlich, das ist missverständlich. Natürlich der Ausgang und die Besiegung der Nazis. Der Ausgang ist ein Glücksfall. Für ihn war, ja, nicht nur für ihn, aber für ihn ist das ganz wesentlich. Ich meine, es wäre so traurig, wenn die Nazis gewonnen hätten, dann würden wir heute dieses Interview nicht führen. Nee, genau so. Da gebe ich dir völlig recht. Und das meint er ja auch mit dem Zweiten Weltkrieg als Glücksfall. Das wäre ein Verlust für die Menschheit. Genau. Da kann ich dir auch nur recht geben. Und genau so meint er das, den Zweiten Weltkrieg als Glücksfall. Der Spruch ist cool. Genau. Wollen wir nochmal lesen oder jeder sieht es? Wenn einer nicht Regie führe, nicht schreiben, nicht komponieren kann, wenn einer überhaupt nichts kann, dann wird der Produzent. Ja, gut. Billy, ich glaube, da warst du einfach sauer. Weil du hast, eigentlich bist du neidisch gewesen, weil diese Produzenten, die haben es irgendwie geschafft, Geld dran zu schaffen und viel Geld dran zu schaffen. Und es hat dir wehgetan, dass du jedes Mal da dich bücken musstest und kannst du bitte, ich will noch das und das und so, ja. Ja, und das sind dann meistens ja, Produzenten sind ja nicht Intellektuelle. Das sind ja Leute, die Kaufleute sind eigentlich. Genau, ganz entscheidend. Die verkaufen ja Filme. Im besten Fall hast du einen Produzent, der von Filmen noch was versteht und dann die Regisseure unterstützt, auch mit dem Gedanken, okay, ich werde da kein Geld verdienen, aber ich verliere auch nicht meine Eigentumswohnung oder so, ja. Und er ist hier einfach sauer. Deswegen hat er den Spruch gemacht. Ja, weil er natürlich, das war ja, was wir im ersten Teil hatten, der Endschnitt, da kamen wir ja schon dazu. Und er hat ja schon seine eigenen Drehbücher geschrieben, selbst Regie geführt und versucht, eben viel Einfluss zu haben. Aber die Produzenten haben seinen Einfluss natürlich immer eingeschränkt, weil die Kaufleute. Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an diese Wandkalender. Weißt du, jeden Tag kannst du das abziehen. Ich glaube, der hat Tausende von diesen Sprüchen. Ja, also ich habe rausgesucht. Ich habe mich eben, ich dachte, sieben schaffen wir in einer Veranstaltung, was ja schon mal eine Fehlannahme war. Aber ich habe jetzt mal so ein paar rausgesucht. Es gibt jede Menge. Wir sind eine Minute dreißig drüber. So, dann kommen wir, glaube ich, auch schon zur, ähm. Was, da ist noch mehr? Zum Letzten. Zum Letzten. Oh mein Gott. Ja, die kann er dann schlimm polieren. Ja. Ist gar nicht viel zu so sagen. Es zeigt nur auch natürlich seine, ähm, ja, dass er auch selbst über sich lachen kann. Ähm, äh, weil er das gesagt hat, er hat früh schon Auszeichnungen gekriegt, äh, er war, äh, natürlich kein, ist kein Geheimtipp. Äh, man sieht ja, dass er nicht nur, er hat Oscars, aber auch noch andere Auszeichnungen gekriegt, äh, als Regisseur, aber vor allem als Drehbuchautor beides. Und, äh, viele Auszeichnungen als Autor. Golden Globes, ich kann gerade nochmal schauen, ich, äh, sehe hier gerade drei, vier, Golden Globes steht noch bei mir, Writers Guild of America und so weiter. Also die Oscars sind vielleicht, sind natürlich das Bekannteste und er ist bei den Drehbuchautoren, glaube ich, noch immer Rekordhalter. Ähm, aber er kann da nicht, was ich lache, irgendwann kriegt jeder das Arschloch. Eine Auszeichnung ist. Und auch über sein Alter vielleicht. Nee, nee, die Auszeichnungen sind wie Hämorrhoiden. Ja. Irgendwann kriegt sich jedes Arschloch. Ja. Dann kann er froh sein, dass er diese Hämorrhoiden bekommen hat. Ja, genau. Und, äh. Aber ich glaube, wir sind jetzt fertig. Ja, sehr, sehr schön, das war's. Ähm, ja. Nein, ich meine, du kannst jetzt gerne nochmal zusammenfassen, Billy Walter, wenn du magst. Naja, ähm, ich habe, glaube ich, in den, äh, ich kann jetzt hier nochmal zumachen, ähm, und stoppen. Ähm, so. Also, äh, ich, ich glaube, ich habe schon das meiste gesagt. Ich finde eben, dass bei ihm das Gesamtpaket, ähm, stimmt. Von, ähm, dem natürlich, von seinen Filmen, gar keine Frage, äh, über seine Reihendrehbücher. Ninochka ist ein ganz tolles Drehbuch, was Lubitsch verfilmt hat, ähm, ganz, ganz toller Film. Ähm, die erste Komödie mit, äh, Greta Gabo. Und, äh, dann aber auch eben, was er gesagt hat, ähm, äh, diese Zitate, aber auch das, du hast ja vorhin einmal gesagt, man könnte ihn knuddeln. Auch das habe ich oft das Gefühl. Also, er ist mir in ganz vielen Punkten, finde ich, ihn sehr mir nah und spannend. Und er hat eben das, was wir bei Apartment exemplarisch besprochen haben, das ist auch nicht unüblich, äh, Komödie mit einer Tiefe gemacht. Wobei es auch Filme gibt, gerade in seinem Frühwerk, muss man nochmal sagen, die sehr, sehr wenig komödiantisch sind. Also, er hat nicht nur die reine Komödie gemacht, verlorene Wochenende, äh, ist definitiv keine Komödie. Und es gibt auch noch ein paar andere, äh, Sachen. Aber er hat dann immer mehr den Humor ins, hineingelassen sozusagen. Und das mag ich sehr gerne. Punkt. Ja, ähm, willst du noch was sagen? Was ist dein Lieblingszitat? Nein, ich bin fertig. Ich bin gerade, ich habe fertig. Du hast fertig. Ja, dann war das der zweite Teil. Wie viel sind wir in der Zeit? Also, fünf Minuten drüber. Ach, schon wieder. Gut, dass wir es in zwei Teile gemacht haben. Vielleicht wird das mal wieder fortgesetzt mit Zitaten von anderen Personen oder zu anderen Filmthemen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ahoi. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.